Was geht Leute, mein Name ist Stefan und heute spielen wir Minecraft Sky Wars. Wir werden heute nicht so viele Runden spielen, aber ich habe was heute ganz besonderes vorbereitet. Ich habe ein bisschen viel gespielt und habe genug Köpfe gesammelt und habe genug Geld gesammelt, um Köpfe zu kaufen. Deswegen können wir heute neunmal drehen. Vielleicht ist ja das ein oder andere Kit dabei und das würde mich so sehr freuen. Denn ich wollte es nicht alleine öffnen, ich will es mit euch, mit meiner Community öffnen. Okay, dann fangen wir mal an. Fängt ja schon mal gut an, oder? Ich hoffe, oh. Okay, ne, also, leider habe ich das schon gehabt und wir bekommen jetzt Gold dafür, aber das ist gar nichts. Das ist so wenig Gold, dass es nicht lohnt. Ich will einfach mal ein Kit haben. Am besten wäre es, wenn ich ein Kit bekomme, das ich noch nicht habe. Ne, das wäre halt geil. Also bekommen wir dieses Small Pack, das 50 Coins, oh. Also gut anfangen tut es gar nicht, muss ich sagen. Aber es kann doch noch werden, ne? Also das schon, ne? Scout-Perk. Okay, Ranked spiele ich eigentlich nie, aber es ist ein Perk. Also bin ich schon zufrieden. Scout-Kit-Solar, okay, wir haben schon ein neues Kit bekommen. Ich hätte zwar lieber das Kit gehabt mit dem Creeper-Eye, aber ich beschwere mich nicht, ne? Das ist ein Kit, also ich bin mit jedem Kit zufrieden, das ich bekomme. Außer wenn es doppelt ist, da nicht, ne? Ja, jetzt bekommen wir so ein Gehege, ich muss schauen, wie man die entert. Nämlich, ich habe da richtig coole Gehege schon bekommen. Aber ich, ich muss erst, äh, schauen, wie man das ändert. So ein Enderman-Klip wäre auch cool, würde ich sagen. Ein Perk? Mein Ender-Klip habe ich leider schon. Naja, aber es geht ja voran. Zweimal können wir nachher nur öffnen. Ja gut, das ist glaube ich ein bisschen klar, dass wir jetzt ein Gehege bekommen haben wir leider schon. Ein Kit noch, ne? Dann ist das die beste Folge. Ja, komm. Dazwischen war ein Kit, das ist unser letzter Versuch. Und mir da jetzt was Geils drin ist, dann freue ich mich richtig. Ja, ne? Also gelohnt hat sich's, weiß nicht, fast gar nicht, aber für das haben wir spielen jetzt gleich mal eine Runde, ne? In Solo war das ein Glück. Ich spiele jetzt die meiste Zeit Solo. Dreimal Drang der Schnelligkeit. Für wie viele Sekunden? 15 Sekunden, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt das Kit, muss ich sagen. Weil ich kann relativ gut kämpfen, wenn ich Speed habe. Und weil wir Speed ja bekommen haben, ist das richtig nice, würde ich sagen, ne? So, ich fahre mich da mal rüber. Und nicht, dass mich einer runter schießt. Zum Erleiten, wenn so oft Skywars kommt, weil ich liebe diesen Spielmodi. Ja, ne, und ich möchte noch gerne mit euch teilen. So. Runde mit dir. Nice. Das ist hier ganz B2, okay, das hängt so schnell. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches Kit ja sehen wollt. Also, mit welchen Kit ich versuche, äh, versuchen zu überleben. Sollen wir wieder das Kit spielen, weil das gefällt mir anscheinend richtig, also das ist richtig geil. Weil ich liebe, äh, schnell ich jetzt trinke, aber diese Labe machen wir mal weg, ne? Ich hab leider keinen Eimer. Da unten ist der Nächste. Ich möchte mir den holen, so, ja, wir haben so eine mittlere Rüstung, ne? Der hat einen Eisenschwert untergemacht von 0,25 mehr Schaden, aber okay, jetzt kommt ein Feind. Da hat was so zauertes Shit. Ne, deswegen rennen wir jetzt kurz weg. Na gut, ne, äh. Alter, wie schnell hat er uns jetzt gereckt, hat den Stärketrank genommen. Ne, so, ja. Bedrohung einer Typ, ne? Es gibt so viele noch, da, ich glaub, Grenade hätten wir bekommen, ein Creepie. Das geht, ne? Ich, ich werde wahrscheinlich wieder viel Spaß haben. Ich hoffe, ihr mögt Skywars. Schreibt es bitte in die Kommentare. Mögt ihr Skywars gerne auf Hypixel? Ne, ich spiel's am liebsten auf Hypixel, nämlich, da hab ich auch schon so viele Kids und auf Gome hab ich einfach kein Kid. Und das war jetzt ein bisschen dumm von mir, ich hatte geglaubt, ich kann mich noch retten, ne, aber, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, war auch sehr dumm von mir. Aber wir haben eine geile Map gleich wieder, ne, aber ich will den, glaub ich, rushen gehen. Der war auch gleich ein Kid. Gut, ne, äh, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, diese Leute zu killen, nämlich der hat was mit Protection gehabt, ne, und das ist jetzt nice, wenn wir jetzt ein Eisenbrustband haben, dann haben wir den absoluten Jackpot. Aber die Axt ist ein bisschen besser. Ich nehme mir einfach mal die Axt. Naja, aber da, bis jetzt haben wir noch nichts Gescheites bekommen. Außen- und Eichenschwert, das, mit dem kann ich auf jeden Fall leben. Da ist noch eine Goldhose. Wir haben noch eine Insel. Na, und die ist hier drüben, genau. Da werden wir uns jetzt auch schnell was, was nägeln. Ne, haben wir leider nur Gold, aber auf jeden Fall kann man das mitnehmen. Ich habe gerade so bemerkt, dass wir schon wieder mal die Letzten sind. Na, das ist jetzt ein bisschen suboptimal, glaube ich. Aber, wir werden auf jeden Fall jetzt auf die andere Insel rübergehen. Oder nicht. Gewerker hat ein richtig geil Schwert, muss ich sagen. Ja, der Kerl kann ich nicht runterschossen, ne. Das ist unser Vorteil, glaube ich. Kommt doch. Na, wenn du dich traust. Ja, haaa. Kannst du euch die Düben doch. Ich darf mich nicht so leicht darunter stoßen. Kommt doch, kommt doch. Ja, gut, na, äh. Ja, gut, ich weiß, dass du hier bist. Wenn ich jetzt Glück habe, kann ich noch rechtzeitig flüchten von diesen Typen, ne. Aber ich glaube es fast nicht. Ja, ich habe sehr gewusst. Ich habe ja gewusst, dass ich nicht mal rechtzeitig flüchten kann, ne. Das war jetzt sehr blöd. Aber dieses Schnelligkeitskit, ich würde sagen, wir versuchen jetzt wirklich mal, wie dieses Schnelligkeitskit so richtig auszutesten, ne, äh, für was es auch gemacht worden ist. Das ist einfach nur Rushen, Rushen, Rushen. Wenn wir das Glück haben, ne. In der ersten Kiste war ja kein Stein drin oder so. Wir haben jetzt aber das Glück, dass hier schon Blöcke drin sind. Ne, und jetzt können wir gleich mal Rushen gehen. Ja. Drang. Drang. Da, dieser Typ ist gespawnt. Na, und jetzt geht's ab in die Mitte. Finde ich auf jeden Fall schon mal richtig nice. Es geht von 10, äh, funktioniert relativ gut, glaube ich sogar. Na, also. Zumindest läuft's gerade. Ja, gut, ne, wenn so ein Typ ankommt, der so ein Typ ist. Ja, das ist schon über Paul die Rüstung, ah, dann kann ich nicht mehr viel tun. Das ist leider ein bisschen ein Problem. Aber es heißt ja, äh, Scout-Kinder, so ein Decker. Ne, äh, ich glaube, es ist auch so gedacht, dass man einfach in die Mitte rennt. Kann ich leider noch nicht so gut, ne, ich werde mich auf jeden Fall beschäftigen, damit, dass ich das euch mal perfekt zeigen kann. Na, wie man das auch machen sollte, mit diesem Kit. Leider kann ich's euch jetzt, äh, noch nicht zeigen, ne, weil ich noch nicht so spielen kann. Ja, gut, das war eigentlich mein Kehl, aber erzählen wir es einfach keinen. Dieser Typ. Ja, ne, ich hab's doch gewusst. Hab's gerochen! Da komm jetzt gerne, ne. Ich hab Schnelligkeit. Du bist die Nacht, dann muss ich sagen. Aber du gewinnt trotzdem, ja, klar, ne. Ja, genau. Ach, Leute, das ist jetzt die letzte Runde, die ich spiele. Und da müssen wir in der Folge schon aufhören, sind es jetzt ein bisschen zu lang, ne. aber auf jeden Fall Danke für so viele Abonnenten, ich hätte nie gedacht, dass der Kanal überhaupt so groß wird, also in Anführungszeichen. Für mich ist er schon riesig. Ja, ne, danke fürs rüberspornen, ja, ne. Mit diesem Bild, glaube ich, verabschieden wir uns. Zumindest gehe ich jetzt nur schnell in die Lobby. Okay, wenn es euch gefallen hat, oder ich mir Sky was bringen soll, okay, das müsst ihr mir nicht sagen, ne, das möchte ich so und so machen, wenn es euch gefällt, dann würde ich mich gerne über eine Bewertung freuen und vielleicht sogar ein Abo, 78 Abo nennen, ich glaube, es hackt, ne. Es gefällt mir richtig, danke, Leute, auf jeden Fall für diesen heftigen Support. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.